Dab, 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 Goldesel, Dab, Dab, die letzte Folge, Dab, Dab. Zieh mal's durch, Leute, zieh mal's durch. Was haben wir denn da? Hm, wo ist denn die Loh-Serie? Dö, 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 1,28. Hm, schon schlecht ist los. Egal. Dab, Dab, Dab. Den Esel kann man nicht rubbeln. Ja, vielleicht eh besser. So. Obwohl. Hm, naja. Die 10, die 2, die 4, die 4, die 6, die 2. Ja, 2 Gold-Taler rausgeschissen. Tö, 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 tö. 1004. Na, haben wir was. Nop. Zwei Löschen haben wir noch. 4, die 2, die 20.000, die 20.000, die 6, die 100. Boah, ne Esel alt. 20.000, die 2, die 4, die 2, die 2, die 2, die 2. Ja. Klassische 2-Euro-Lose würde ich sagen. Das ist nichts Besonderes. Gewinnfaktor auch ziemlich klein. Also, kann man sich sparen, das Los. Und dann, Pause bis Ende Juli. Sollten die Deutschen Lose irgendwann dazwischen kommen, bekommt ihr Videos. Aber ansonsten, sehen wir uns in Juli wieder. Tö, tö, tö. Tö, tö, tö.